Also Boys, erzähl mal, woran merkt man, dass ihr einen mögt? Ich glaube, das kann man gar nicht so beschein sagen. Das ist so krass, wie braun meine Haaren schon seit ich weiß nicht. Das ist so krass. Okay, gute Nacht. Schlafen, gut. Ach ja, so ist es halt nicht heiß. So, ich gehe mal ein bisschen rein. Das ist so krass. Das ist so krass. Das ist so krass. Das ist so krass. Ach Leute, das freut mich faul ehrlich, weil... Ich bin ein bisschen dickdrucky jetzt. Jetzt doch. Mein Akku ist bei 10%, also geht es eh gleich aus. Ähm... Meine Videos... Ach, wie soll ich das jetzt sagen? Ich kann verstehen, wenn man mich anhand meiner TikTok-Videos total in unserem Pratsch findet. Ich kann das nachvollziehen. Ähm... Das Problem ist... Das sind ein paar Sekunden-Medios, die ich auch immer nur kurz finden kann. Wobei die Konzentrationssparte der Menschen behalt. Durch die TikTok-Videos ein Gericht genommen. Das ist so krass. Und wenn ich mich jetzt jetzt so nenne, und wenn ich die TikTok-Thema 10 Minuten lang weiß, dann würde sich das halt keiner antworten. Es wäre auch nicht mehr eingegangen, und ich hätte die Balls jetzt erreicht, hätte ich das jetzt auch. Dadurch. Ähm... Aber eigentlich bin ich gar nicht so, wie ich mich in diesem Pratsch kenne. Okay, dann checkt ihr. Meine Meinung kann zwar dasselbe sein, aber... Der Ton ist im Endeffekt das, was die ganze Sache ausmacht. Checkt ihr. Weil ich mich jetzt aber hinsetze, und zu dem Thema ein... nettes Statement mache, oder das... so erkläre, wie ich eigentlich... reden würde... mit meinen Freunden. Dann würde dieses Video 2 Minuten los machen. Weil ich mich aber hinsetze und sage, das ist das bitte für den Typ, der man das auf 100 Euro verdient. Und jetzt... das Video war einmal 12.000 Euro. Checkt ihr. Wenn ich aber genau das gleiche Thema aufgereife, und sage, ja Leute, guck mal, 1.500 Euro bezogen. Zeilen ist halt wirklich... super wenig, weil... das Leben ist teuer. Teilweise kostet die Miete so viel. Damit kann man sich keinen Lebensstandard finanzieren. Heutzutage ist es nun mal einfach wenig Geld, und... ähm... Jeder normaldeckende Mensch denkt genauso. Legit eine Kuchen kostet mittlerweile gefühlt 2 Euro. So... Aber wenn ich das halt so sage, dann juckt es keine Sau. Pfff... Versteht ihr? Und es ist klar, dass man keine TikToks auflebt, damit diese TikToks-Termine aufgeführt bekommen, weil dann kannst du es gleich sein lassen, aber auch so viele Videos zu machen, weil es ist ja klar, dass wenn du... Videos in die Öffentlichkeit trägst du ja auch... äh... eine gewisse... Masse dann unterreichen möchtest. Ich hab doch auch bei deinem Verhalten habe es für ihn, der mich zum Sonnenblab hat. Tell his wife! So, weiß ich nicht, dass du dein Video selber spinnst, oder? Oder Leute... Bitte... Ich checke nicht, wie man nicht checken kann, dass ich... übelst übertreibe. Ah... Übertreibe... So... Leute, ich sag mal ehrlich, wenn ihr wüsstet... Wenn ihr wüsstet... was für ein Scheiße ich gegessen habe... Dann würdet ihr nicht mehr so gut nicht denken, glaube ich... Gefällt dir das Juristudium, Julia? Um ehrlich zu sein... Nach fünf Jahren... Nein... Kein Bock mehr... Du hast verstanden, wie man Reichweite generiert... Ja, das glaube ich ehrlich gesagt nicht so, weil... ich häng immer noch irgendwie... Ich hab nicht mal die 7000 geknackt, also was ist denn da los? Wahrscheinlich hab ich's doch nicht gecheckt... Ich hab gecheckt, wie man Views generiert... Hallo, hallo... Nicht viel... Mit chillen, ganz in live... Alle, die keine Halloween Feier... Gucken, drehen einfach... Ich hab immer ganz... ganz verschiedene Themen... Nee, so... Hallo... Also Leute, wenn ihr mich so nett und so pratsch findet... Dann fragen wir mal gerne... Damit ist eigentlich mein Ziemalskurses... Das Ding ist, das hab ich gemacht... Aber... Zum Beispiel, ein Mensch kann mit Haten umgehen... Mittlerweile... Auch durch TikTok und solle Schwimmelsgelände... Du musst in der Ansicht... Die sind so richtig, was du tun möchtest... Aber... Wenn du die ganze Zeit... Haten bekommst... Und wo du eigentlich weißt, dass du nicht so bist... Und dass du eigentlich andere wärst... Also... Auf andere Sachen auch noch Wert legst... Und das... Also du bist nicht so... Wie die Leute von dir denken... Und dann... Fängt die irgendwann an... Dich auch schon... Ja... Schon zu nerven... Weil du willst dann eigentlich... Dich rechtfertigen bei den Menschen... Und denen halt zeigen, dass du eben nicht so bist... Und dafür ist es ja zu spät... Weil du hast schon diesen Stempel... Ironischerweise ist es bestimmt einer... Deiner dessen Person hier wohnt zu mir... Ach Mensch, bist du süß... Äh... Machst du doch zu Ende, oder? Ja... Screaming, crying... Äh... Wie gehst du mit diesem Druck im Hörerstudium an? Verdrängen... Ich weiß, man sollte Dinge nicht verdrängen, aber... Mit dem Verdrängen fahre ich bisher... Am besten... Ich treffe mich morgen... Mit meiner Kenntanphase... Und ich glaube, er wird es beenden... Wow... Im Endeffekt hat eine Zeit nicht verschwindet... Immer das Positive, als ich muss sehen... Ein Monat ist ja gar nix... Und wenn ich so ungeschminkt in meine Lives gehe... Immer so... Oh, das ist so süß aus... Ein Monat hat sie verschwindet... Ach... Ein Monat ist ja gar nix... Stell dir vor, er hat sie ein Jahr verschwindet... Sag es, entrepreneurst... Das ist ja gar nix... Entало...